so aber die kiste ja die habe ich die brauchte ich da oben da waren da waren kisten egal hier guck 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 was ich gemacht habe es geht jetzt direkt in die kiste rein aber das ist ja dumm eigentlich war es richtig oder keine kiste denn machen da wohl so ein ofen hin den ich auch im inventar habe sehr gut was du das zeug in wo in der kiste das habe ich ja dann pack ich wieder rein ist nämlich die trashkiste ok sekunde so jetzt müssen wir unser haus noch ein bisschen erweitern noch mal ja aber in die richtung also zu der seite erstmal im schlafen gehen dass man tag machen nicht dass das ganze was jetzt bauen kaputt geht ich habe angst im dunkeln von monstern los schatz leg dich zu mir die wohnsituation muss definitiv geändert werden jetzt richtig hin verdammt ich setze mich auf dich nein jedem sein fehlen ich aber das nicht damit in ruhe so dann brennt die batterie ist wieder leer der kohle 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 finde ich das ich mach gleich mal zwei rein ich bin hardcore muss man nicht wieder nachfüllen nach einer halben sekunde haben wir noch holz aber wenn wir holz abbauen haben wir holz sehr gut doch da unten müsste holz sein eigentlich so ein paar aber die hässlichen holz ich habe acht ich glaube wenn es so weiter geht mit oder müssen wir sind die richtung erweitern und die euro es muss voll groß werden dann steht auf den namen woanders hin das ist seite so damit kommen wie viel eisen da rauskommt voll gut also ich war jetzt super eine menge also pro das ist halt eine aber du kriegst halt pro eisenerz zwei dass das heißt du kriegst pro eisen erst zwei eisen dann sind wir bald gegen monster sehr gut gewinnt ja okay mir fällt gerade ein fehler auf in dem system wir haben kein redstone mehr nein macht er am tag hier glück gehabt okay ich wollte gerade noch helfen kommen die waffe her und die waffe in der kiste normalerweise daher sind wir noch nicht nachgewachsen was mit dem baum falsch keine ahnung der ist defekt in die truhe kommt dann das eisen eisen kommt in die oberste truhe ja jetzt kann man es auch aus dem ofen auch da war es doch toll es war da nur es wird mir nicht angezeigt okay die unterste kiste stress die da darüber ist baustoff und so ein zeug die darüber ist war funktionales oder so was was man so nennen will zelt glas unter funktionales unter baustoffe nehmen wir es einfach blöcke was ist auch nicht mehr redstone weil sonst können wir keinen neuen neuen pisten bauen die frage ist irgendwo gummi dran ja oben links hier bei dem zweiten hier nicht mit dem go du musst du nicht mit dem geld das ja und ich weiß ich sehe das nicht dass ich nur du der zweite block von oben da war nichts bei mir ich glaube wir sollten beide so ein ding haben und wenn wir uns was angezeigt machen wir einfach probieren holz 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 das war heute ja holz hast du noch ein ding rechtsbollen ein sticks braucht man oder ja nee planken wie ging das nochmal alle drei in der mitte also die mittlere reihe einmal vorher dann oben in der mitte und unten links links nicht in der mitte ok da war keins drin hier war welches drin was ja ja auch ich hab jetzt habe ich zwei ja die gehen immer kaputt von daher macht das nichts aber max dir du musst dran springen dann kommen mehr raus ok hast du denn hier gesprengt oder was das war nicht ich das war indirekt ich naja indirekt gesprengt ja ja unfassbar ja wir brauchen holz lassen wir eben ein bisschen holz holen ach lass mal creeper arbeiten nein ich mach sogar euch ab ich bin gegen sklaverei weil dann die welt kaputt geht ich mag es nicht wenn die welt kaputt geht ich mag es dann alles schön ordentlich aussieht aha ok dann erweitern wir mal unseren haus unseren haus den hässlichen weißen baum muss man auffällen ich mag birgen dass sie stehen die machen einen schönen so ein kontrast zum rest ja vorhin hast du noch was anderes gesagt nein da wollte ich nur netz zu dir sein und da sind noch drei also freudig oh ja oh nein hier ist ein krüppelbaum hast ein krüppelbaum so ein krüppeliger baum soll ich das erklären einer wo was fehlt ne einer so du meinst du dir das großen ja krüppelbaum das ist kein krüppelbaum das ist ein großer baum kann man verschieden definieren krüppel ist eigentlich dass er irgendwie unvollständig oder halt was fehlt aber nee das krüppel kann doch auch okay hören wir auf krüppel zu definieren gut das könnte sich noch mal hier leute verletzt fühlen nein kein deine mama witz machen ich war kurz davor dann mache eine deine mutter witz aber flach deine mutter lacht darüber was war das niveau wieder heben danke für die session nein was ich bin unter gefallen von meinen drei blöcken und dahin ja da muss ich wieder hoch gehen und so die grausamkeit da ist noch zwei blöcke warum wird hier nichts mehr messeriert wo es ist wo es da keine energie mehr keine energie mehr oh mein gott so kompliziert die ganze energie einfügen das nervt ja aber wieder auf das geht ja gar nicht die ganze kohle da reinpacken ach so jetzt weiß ich aber wofür der zweite unten ist warte mal da konnte man beschleunigungszeug ne ne beschleunigungszeug kommt rechts rein aber da kann man direkt einen zweiten rein machen glaube ich doch nicht verdammt wofür ist dieser zweite ding da ich bin so doof ich dachte damit könnte man eine zweite verschiedene machen dass das halt irgendwie folge 100 jetzt wissen wir es ja irgendwann werden wir es rausfinden aber das erinnert nichts an der tatsache dass wir wieder kein redstone haben so in zwei drei jahren kein redstone wird so ein problem unendliche redstone weil er entdeckt wir brauchen redstone ernsthaft was wir müssen wieder in diesem scheiß dingen runter habe ich ja mal gar keinen bock drauf also ich habe mir den kruppelbaum zu ändern abzuholzen wenn du da wieder so ein stumpf stehen lässt ne ne ich hab den sogar glaube ich komplett weg gemacht ich bin dafür wir warten eben noch bis sie die letzten drei eisen durch sind und dann gehen wir runter hat jetzt mit gepasst ich habe mir mühe gegeben ich habe lange darüber nachgedacht und ich habe mir überlegt ja das ist die richtige entscheidung genau ich habe zurecht gehandelt ja hallo warum kann ich ohne jetzt als mit night sleeper wohnen dass ihr aufs bett liegt das weiß ich doch nicht warum du das kannst vielleicht bist du zauberer doch was los nichts ich habe fehler gemacht ich habe schnell zu schnell eisen mit kupfer ausgetauscht und dann kam direkt ein fertiger kupfer schau brauche ich ja hier sind doppelbaum hatte ich muss angesprochen kommen ja geil guck angesprochen kommt vier aus vier das glaube ich nicht das ist doch schon mal jetzt schade jetzt kommen ohne spring doch dreimal raus ist aber zum ersten mal das mehr als eins ohne spring rauskommt oder ich könnte ich werde das weg der land müssen noch ein kurzen bisschen warten wir fahren bis jetzt hier raus was wollte ja ja nicht holz essen essen es gibt ja als austausch holz das ist eine ration die habe ich schon freundlich ausgesucht ich wollte schere ganz ehrlich was schon wieder schafe gefunden nein also um den baum weg zu machen schneller da müsste eisen drin sein ja wir brauchen hier eindeutig so ein handelsfenster dass man von draußen irgendwie so reinschauen kann aber da können auch manns da reinschauen ja rein ich bin können auch rein als ich kommt hier noch als block jetzt kommt jetzt kann ich nur reinschauen sonst kann ich mal was machen aber schön drin funktioniert alles und wenn jetzt endlich dieser letzte blöde block eisen fertig ist jawohl ja so meine ein ganzes deck nur für uns ja warte mal irgendwie geht meine schere nicht kaputt noch irgendwas fertiges gegen gegen scheren bei 1 2 nicht kaputt doch ich freue nämlich keine erhaltbarkeit gar nicht beschwerde ich noch kommt nicht wirklich so was angezeigt wundert und dann kommen wir noch mal ach es sei nicht egal ich komme mal schlafen gleich ja dann abmarsch ob euch denn so viel holz welche truhe kommt das die mittlere holz und nicht ganz so ja die zweite von unten nennen wir es rum okay halb unten denn wir das ist der generator der wird erst blau dann wird er grün dann wird er gelb und dann wird er gelb rot blinkend weil je länger der in betrieb ist desto schneller pumpt der sagt doch dass du schon liegt ja komm neben mich schnucki ach so wie weit bist du mit deinem vorbereiten runtergehen ich mache kurz noch die bäume ja futschi ja ich geh schon mal vor die maschinerie kann dann während wir wechseln das ganze zeug einfach fertig machen wenn wir wiederkommen haben wir massenweise hier heißen kupfer kupfer das eisen haben wir schon massenweise haben wir auch hier in massenweise mäßigen gummi wald sehr schön wenn wir das dann noch nach links erweitern das ganze dann haben wir auch am ende noch dann bauen wir links und wo dann das ganze roherz reinkommt dann zieht es automatisch das roherz da raus und packt es dann direkt in die truhe das ist voll gut er macht doch gleich so ein kabel von uns und das ist das kabel von uns aus unserem inventar aus der kiste rein nee das geht nicht das wäre doch immer geil ja aber sie haben 1000 meter kabel der weise dürfen höchstens ein kilometer weit gehen einfach so ein schlauch ist ja voll gut und du darfst deswegen langsamer nee das wir behindert ich gehe jetzt mal rechts lang und guck wo es hier runter geht ach so ja toll da wo wir waren glaube ich da geht es glaube ich runter ja ja wir sind hier wo wir fahren das ist wieder ein verrückt guckt und das geld dass ein bisschen dumm ist weil es runtergefallen ist stirbt ich will auch action ja dann kommen hier gibt es action aber hallo an dem baum ist kein gummi wie betrüger schweinerei reißen ab irgendwie kann man auch aus dem holz einfach nur noch gummi rausholen aber ich weiß nicht wie das und da gibt es auch irgendeine maschine für ach so aus dem holz wenn man das abbaut mit dem gummi block also mit dem gummi dann kommt auch gummi raus echt ja habe ich auch vorhin auszusehen gemacht toll aber das war ein wichtiger test na gut dann müssen wir sehen sondern testen ja ich finde den teil mit dem loch nicht mehr ich glaube das war ein anderer hier ein anderer teil von der spalte spalte du findest es doch in der spalte nicht mehr